ein ganz ganz tolles geschenk für den winter und damit auf die weihnachtszeit hat uns die florence barbik eine ganz liebe kundin von mir zur verfügung gestellt und zwar gibt es auf jedem kanal also gleich dreimal heute zu gewinnen ein tolles set er aus einem stirnband und einem loop bestehend in der farbe nach wahl also das kannst du ganz frei aussuchen und auch mit dem muster eben was du möchtest cool finde ich dass die eben jeweils mit fleece innen ausgelegt sind das heißt da juckt auch nix da kratzt auch nix und ich bin ja ein riesen fan von isan wolle und auch von den produkten von der florence ich habe zum beispiel von der florence auch stricken lassen und ich habe auch ein ganz ganz schönes kleid von der florence das wirklich auch ganz toll ist ich glaube hier ist es auch ein bisschen drauf die florence ist für mich eine echte strick künstlerin ich finde das ganz toll was sie macht weil man kann einfach individuell die farben bestellen die man möchte egal ob pulli oder mütze oder eben loop oder stirnband oder kleid man kann eben das design auch mitgestalten man kann ganz exakt seine maße hier schicken und dann passt das auch und was halt einfach angenehm ist ist durch das vlies innen drin wie gesagt ist es auch angenehm zu tragen ja islan wolle hat ja ein ganz stark wärmenden effekt also wenn du so wie ich den ganzen tag draußen bist ja dann ist das eine tolle sache weil es wirklich schön warm hält aber auch feuchtigkeit transportierend wirkt durchblutungsfördernd wirkt und auch antiseptisch wirkt also auch für die haut und den ganzen organismus wirklich ein tolles naturprodukt und ja ich mag das sehr ich verwende sehr viel die sachen von der florence und schau gerne auf instagram bei ihr vorbei folge ihr sie hat immer wieder tolle aktionen und bilder und ideen auch auf facebook ist sie und eben auch auf ihre schönen website schon mal vorbei was für tolle sachen die florence macht also florence mit c geschrieben babic.com also ganz normal so wie man spricht mit k ich wünsche dir ganz viel glück auf allen meinen drei kanälen und freue mich schon auf das nächste adventskalender türchen nämlich morgen bis dann deine sandra